Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Glückwunsch, Finaleinzug geschafft. Ihr habt es aber noch mal äußerst spannend gemacht. Ja natürlich, in der ersten Halbzeit haben wir guten Fußball gezeigt, haben ein glückliches Tor gemacht. Das zweite war dann ein eindeutiger Wille vom Adrian Platter. Geiles Tor, Adri. Ja und dann in der zweiten Halbzeit haben die Pfleger gut Druck gemacht. Nummer 20 hat sehr viele gute Läufe gehabt, kriegt einen dummen Kopfball. Ja und dann wird es halt eklig. In der 90. fangen wir halt noch ein ganz, ganz dummes Tor. Aber Rafa hat dann wieder ein paar Paraden geleistet und hat das Ding wieder hingebügelt. Ja und dann in der Nachspielzeit haben wir längeren Atem gehabt. Und Mark Suditz hat halt das entscheidende Ding gemacht. Es war aber heute schon ein Spiel, wo man sehr stark beißen musste. Ja natürlich, also ich glaube, wenn das jetzt mein Trainer hat. Ich war nach 30 Minuten schon platt, aber ich durfte es nicht anmerken lassen. Ja, war viel, viel Laufarbeit vor allem. Am Anfang waren beide Teams nervös, aber es hat sich dann gelegt. Und ja, mit 2-0 in die Halbzeit zu gehen. Ja und dann halt 2-2. Aber wir haben gebissen und sind verdient im Finale jetzt. Jetzt heißt es natürlich, egal wer da im Finale steht, am nächsten Sonntag Aufstieg. Ja, das ist das Ziel auf jeden Fall. Wenn man im Finale ist, dann will man auch gewinnen. Ich denke mal, wenn wir unsere Leistung abrufen, dann schlagen wir den Finalisten. So selbstbewusst müssen wir jetzt auch sein. Dankeschön. Danke, danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf thelab-gmbh.de